hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vom real simulator da hinten seht ihr ihn und wir haben beim letzten mal ich will sie gar nicht lesen ja mehr bauern beim letzten mal haben wir eine neue bestellung aufgegeben und die heute werden wir diese bestellung weiterführen hier sogar lager habe ich auf jeden fall genug aber auf jeden fall hier kann ich dann noch bisschen zeug gekühlt also gemüse aber die da rein die da rein die 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 noch mehr im sortiment jetzt einfach was eigentlich gar nicht mehr geht aber es geht anscheinend trotzdem gemüse ist das ihr ernst ja ich weiß dass der land tolle skater weg so anja da warte ich um die kunden da frisches essen gemüse irgendjemand an skill punkt gekriegt das habe ich gehört das dass das dass das und wieder wer dieses sortiment einfach ich glaube ich mache jetzt so einen richtigen lebensmittel gang oder nee erst mal stelle ich alles voll mit regalen so gemüse 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 stelle ich habe gar nicht mehr so viel steht so aus dem gemüse kann ich jetzt euch hier nachführen hat sie was neues ausgepackt ja test die dreams ist das auffällig dann hier erstmal getränke erst mal hier schön alkohol und dann so ein richtig hier so was das ist für alkohol gut aber wo packe ich dann hier so hin direkt bei der kasse noch ein noch ein ja passt schon getränke alkohol oder wein hier kommt wein hin wir sind verrückt nach dem neuen sortiment wein wein jetzt hier zum richtigen bierkästen ich brauche mehr regale dafür Lebensmittel Getränke wein diesen erster verrückt danach guckt euch da guckt euch das an gut hat entschuldigung aber ich helfe ihnen nicht getränke wein so habe ich noch zehn davon euch was davon 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 jetzt gibt es noch mehr wein getränke wein was sie da noch durch doch mal hier shit ja gut egal es wird hier aufgefüllt mehr kaffee das ziel ist es einfach alle gegenstände im laden zu haben so ist das regal voll und dann werden jetzt wieder mehr büchsen gemacht voll gepackt und ins regal gestellt ich habe so viel gewürze und alles mögliche einfach von der unten habe ich nicht genug schwein vorhin gestellter wurden die die sind ja richtig klein ja gut kein wunder ich habe wieder ein bisschen geld das heißt lebensmittel investiere ich mal wieder meine büchsen 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 hier oben wieder was wovon ich merke tatsächlich oh die schöne tomatensoße oder suppe keine ahnung hiervon habe ich noch was hiervon habe ich was hiervon habe ich was das geht aber noch mehr mehr alter wie das da hinten einfach leer ist ich muss diese bestellung nachbestellen nur es bringt mal nix wenn ich noch nicht alles verkauft habe davon gehen halt immer die kosten ab ob das jetzt so schlau war wird schon klappen geil ich hab wieder bisschen geld das investiere ich direkt in meine Büchsen Leute das war's mit der heutigen Folge vor dem Realsimulator sorry für das abrupte Ende ich sag mal so sprecher weg egal ich wünsche euch noch einen schönen Tag macht's gut bis irgendwann tschüss Ja.